Jojo Leute und herzlich willkommen zu dem kurzen Video hier und zwar wollte ich hier nur kurz sagen, dass ich von Hive gebannt bin, wieder mal wegen Rassismus oder Andeutung von Rassismus. Auf jeden Fall wurde ich permanent gebannt, habe Bannerpil geschrieben, wurde angenommen, bin nur noch zwei Wochen gebannt und wenn ich jetzt noch einmal gegen irgendeine Regel verstoße, bin ich einfach permanent gebannt und dann weg von Hive. Das heißt, ich werde einfach nie wieder was in den Chat schreiben oder irgendwas falsch machen, ich werde nur noch normal so Wildcams spielen, das wollte ich nur kurz gesagt haben, dass ihr so eine Information habt, dass ich zwei Wochen nicht mehr auf Hive bin, anstatt werde ich jetzt auf Heavy Wars spielen und den anderen ganzen Servern und ja, wollte ich nur kurz gesagt haben und wir sehen uns nächste Mal, ciao.